Es ist natürlich klar, dass im gesamten Zusammenleben der Lebewesen auf der Erde auch der Mensch eine Rolle spielt. Und so, wie es jetzt gesehen wird, zum Teil zurecht, wird diese Rolle als zerstörerisch gesehen, weil wir die Erde ausbeuten und nicht wirklich etwas an ihre Stelle setzen, zu setzen scheinen. Wir stehen vor einer möglichen Klimakrise in unserer Zeit. Ich sage möglich, weil die Beweise dafür natürlich ausschließlich aus der Naturwissenschaft stammen und das Klima nicht nur mit der Natur zu tun hat, sondern meiner Meinung nach ganz klar mit dem Geist. Und wenn die geistige Seite unseres Erdenlebens, des Lebens der Erde, nicht betrachtet wird, nicht betrachtet werden kann, ist es fraglich, ob die einseitige Sichtweise, die der Mensch derzeit vom Überleben der Erde hat, richtig ist. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Klimakrise leugne. Natürlich kann man selbst sehen, dass ein Wandel stattfindet. Aber was das in der Realität bedeutet und wie man es im großen kosmischen Ganzen verstehen soll, das ist eine andere Sache. Wenn man sich anschaut, wie die Sicht auf das Zusammenleben von Mensch und Erde ist, kann man sagen, dass in den gegenwärtigen Mainstream-Ansichten die Erde tatsächlich als ein Planet gesehen wird, der seinen Platz im Kosmos hat, ein Planet, der ein gewisses Leben in sich selbst hat, im Pflanzenreich, im Menschenreich. Aber es wird nicht weiter darüber nachgedacht, was der Mensch als geistiges Wesen für die Erde bedeutet. Es ist natürlich klar, dass im gesamten Zusammenleben der Lebewesen auf der Erde auch der Mensch eine Rolle spielt. Und so, wie es jetzt gesehen wird, zum Teil zurecht, wird diese Rolle als zerstörerisch gesehen, weil wir die Erde ausbeuten und nicht wirklich etwas an ihre Stelle setzen, zu setzen scheinen. Das sieht man auch im Tierreich, dass es dort eine Verbindung zwischen Tieren und der Natur gibt. Neulich stand in der Zeitung ein Artikel über die Rückkehr des Wolfes in die Niederlande. Und einer derjenigen, die das positiv sehen, ist der Meinung, dass durch die Rückkehr des Wolfes in die Niederlande die Wälder wieder leichter wachsen können, weil die Anwesenheit des Wolfes, das Reh, erschreckt. Das Reh, das sozusagen junge Bäume frisst und sich weniger darum kümmert, und so wird das junge Wachstum der Bäume durch die Anwesenheit des Wolfes nicht so stark behindert. Man kann das natürlich alles so sehen, und ich werde die Letzte sein, die sagt, dass das alles Unsinn ist. Aber was natürlich dramatisch fehlt, ist die andere Seite der Vision, und das ist die Seite der, wie soll ich sagen, Spiritualität des Kosmos. Und ich weiß natürlich, dass die Leute darüber lachen, und dass das von einem bestimmten wissenschaftlichen System nicht anerkannt werden kann. Aber ich erkenne das an, und ich spreche jetzt. Und so werde ich noch versuchen, von dieser Seite aus etwas zu beschreiben, welchen Wert der Mensch für die Erde hat. Wenn man sich die Kohlensäure-Emissionen ansieht, kann man natürlich auf verschiedene Schuldige verweisen. Und ich sage immer, der größte Schuldige ist der Mensch, denn er atmet Kohlensäure aus und ist damit ein ständiger Produzent von Kohlendioxid. Das war natürlich schon immer der Fall. Das ist also nichts Neues. Außer, dass die Bevölkerung enorm zugenommen hat, und man sich vorstellen kann, dass das ein Problem sein könnte. Aber wir haben noch nicht den Punkt erreicht, an dem die Regierung sagt, liebe Leute, bitte atmet weniger. Natürlich werden uns alle möglichen andere Dinge auferlegt, aber atmen zu dürfen, ist immer noch eine Freiheit. Natürlich können wir uns nicht davon freisprechen, die Erde so zu verschmutzen, aber wir haben ja das Pflanzenreich, dass schon immer unser Kohlendioxid aufgefangen und in Sauerstoff umgewandelt hat. Man kann sich vorstellen, wenn man darüber nachdenkt oder sich das anschaut oder wissenschaftlich untersucht, dass man sagt, also, da muss es genug Pflanzenwelt geben und dann muss diese Pflanzenwelt geschützt werden. Denn auf der anderen Seite beansprucht der Mensch auch die Pflanzenwelt. Entweder ist er sie oder verbrennt sie oder holst sie jetzt wieder ab, holst wälder ab, um genug Zin zu gewinnen, um Batterien zu machen, die denen Elektroauto's fahren können. Elektroauto's, die so wunderbar gut für die Umwelt sind, fressen dagegen derzeit die Wälder unserer Welt auf, weil für die Batterien Zinn gewonnen wird. Wenn man also anfängt, sich damit zu beschäftigen, und das tue ich nur am Rande, könnte man Bücher darüber schreiben, wie die Menschen die Erde aufbrauchen und was man deshalb als Regierung oder als Mensch selbst tun sollte, um das zu stoppen. Was aber wiederum völlig außer Acht gelassen wird, ist die notwendige Wirkung, die der Mensch auf die Erde hat. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Man könnte natürlich sagen, wenn der Mensch nicht auf der Erde wäre, würde sie blühen. Denn dann wäre dieser Konsument nicht da und dann könnte alles seinen Gang gehen. Dann brauchte man vielleicht noch eine kleine Gruppe, die ein bisschen für Ordnung sorgt, aber ansonsten würde die Erde blühen. Nun, das stimmt nicht. Die Erde kann ohne den Menschen nicht gedeihen. Und was die Aufgabe des Menschen im Moment ist, dafür zu sorgen, dass die Erde tatsächlich nicht untergeht, diese Aufgabe ist völlig unbekannt. Und ich darf wohl sagen, dort, wo sie bekannt ist, ist sie noch ungeliebt. Und ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, immer wieder darauf hinzuweisen, welches Potenzial im Menschen verborgen liegt, das nicht genutzt wird und eigentlich auch nicht genutzt werden will. Das ist das Traurige. Das habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht. Und jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, ab und zu, manchmal auch öfter, ein Video aufzunehmen, werde ich von Zeit zu Zeit darüber sprechen. Was ist die Aufgabe des Menschen in unserer Zeit? Dafür zu sorgen oder mitzuhelfen, dass die Erde nicht untergeht. Selbst wenn wir also alle Maßnahmen, die im Programm der Vereinten Nationen vorgesehen sind, umsetzen würden und damit Erfolg hätten, dann würden wir immer noch mit der Tatsache konfrontiert sein, dass die Erde zugrunde geht. Und warum? Denn die Rolle des Menschen ist nicht bekannt und will nicht bekannt werden, weil es uns etwas abverlangt, und dieses uns etwas abverlangt. Darauf haben wir überhaupt keine Lust. Sehen Sie, wir wollen immer noch wohl versuchen, den Schmutz, den wir produzieren, zu trennen. Und wir wollen auch versuchen, uns biologisch zu ernähren und sparsamer zu sein und nicht so viel zu verschwenden. Das können wir alle noch tun. Aber das ist eine Aufgabe, bei der wir sparen müssen, was zu retten ist. Die Erde heilen, das könnten wir. Wir haben als Menschen, wir sind als Menschen das einzige Wesen auf der Erde, das den Geist bei sich hat. Dank der Tatsache, dass es Menschen gibt, dass es Menschen gibt, lebt der Geist auf der Erde. Und wenn dieser Geist in den Menschen auf bewusste Weise aktiv wird, hat er eine heilende Auferstehungswirkung auf die Natur. Was sollten wir als Menschen also tun? Ich habe hier ein Büchlein, das vor kurzem im Okzident Verlag erschienen ist. Es handelt sich um eine Reihe von Wochensprüchen. Sprüchen für jede Woche des Jahres, die Rudolf Steiner Anfang des 19. Jahrhunderts, 1912 glaube ich, publiziert hat. Wie die Natur funktioniert, was sich verändert, aber vor allem, wie der Mensch mit dieser Natur interagiert, kann dadurch erlebt werden. Und wenn man sich dann anschaut, wo wir jetzt in diesem Kalender für die Seele stehen, in dem der Mensch die Metamorphose der Natur erleben kann, jetzt? Ich nehme dieses Video am 21. November auf. Es wird vielleicht viel später gesendet. Aber in dieser Woche und auch in der nächsten Woche noch und wieder ein ganz klein wenig fortgeschritten in der Jahreszeit, wird reflektiert, dass wenn der Mensch mit seiner Seele nicht schöpferisch, intensiv, denkend, fühlend, handelnd mit der Natur leben würde, dass dann die Natur in sich nur ein frostiges, kaltes, leeres Leben hätte. Die Natur existiert. Die Natur kann im Frühling wiederkeimen, dank der Tatsache, dass wir als Menschen jetzt mit der Natur leben, mit unserer ganzen Seele, der Intensität, mit allem, was wir in unserer Seele an Erfahrungskraft, an Erfahrungskraft, Erlebniskraft haben, mit ihr denken, mit ihr fühlen, und nächste Woche geht es dann ein bisschen mehr um das Handeln mit ihr. Das ist ein Aufruf an uns oder vielmehr eine Beobachtung und durch diese Beobachtung sind wir aufgerufen, aktiver in der Natur präsent zu sein. Nicht eingehüllt in deine eigenen Gedanken, während du von hier nach dort läufst, während vielleicht deine Kinder vor dir herumtollen und du dich nur abmühst, weil du musst und du weiter in dir selbst bist. Nein, man öffnet die Augen, man öffnet die Ohren, man öffnet den Geist, man sieht seine Kinder, man sieht die Natur, man sieht den Herbst, man sieht die Farben, man spürt, wie die Natur allmählich ihre sommerlichen Kräfte verliert und in einen herbstlichen Zustand übergeht. Was jetzt immer deutlicher wird, aber es wird auch immer deutlicher, dass wenn die Natur still wird, dann hat der Mensch die Möglichkeit, in sich selbst aktiv zu werden. Und wenn wir das täten, würde die Erde nicht so sehr verkümmern. Die Erde geht nicht wegen des Stickstoffs oder des Kohlendioxids zugrunde, sondern wegen des menschlichen Egoismus und nicht der Egoismus des Haben-Wollens und des Benutzen-Wollens und des Essen-Wollens und des Wegwerfens nach Herzenslust. Das auch. Aber das ist zweitrangig. Die Hauptsache ist, dass wir Menschen schlafend durchs Leben gehen und wir schlafen in uns selbst. Wir liegen im Bett unseres eigenen Körpers. Sogar wenn man in der Natur spazieren geht, denkt man, ich liege nicht im Bett. Ja, du liegst im Bett. Du liegst in dem mehr oder weniger bequemen Bettchen deines Körpers. Und du schläfst und du träumst viel. Und wenn wir aufwachen würden, wenn wir das tun würden, was wir tun müssen und was auch die normale menschliche Natur wäre, dass man wach ist und dass man sich auch an dem erfreut, was man sieht und dass man mitdenkt, was in der Natur vor sich geht, nicht über Wölfe oder über Rehe und über Pflanzen, die nicht keimen können, weil sie nicht keimen können, weil wir schlafen. Deshalb keimen sie nicht. Nicht, weil das Rehe da kommt, weil sie schon immer da waren. Und das ist auch ein Teil der Forstwirtschaft, dass es Rehe gibt. Wenden wir also unsere Aufmerksamkeit ein wenig davon ab und beleuchten wir uns selbst. Erkennen wir, dass wir unsere Einstellung zur Natur radikal ändern müssen. Aber dafür müssen wir unseren Egoismus überwinden. Das müssen wir wirklich. Denn wir ziehen es vor, zu schlafen. Und es fällt uns schwer, ständig wach zu sein und die Dinge nicht nur zu sehen, sondern auch zu erleben und sich bewusst zu machen, wo die Natur in ihrer Entwicklung im Laufe des Jahres gerade steht. Und dafür ist der Kalender für die Seele ein unverzichtbares Hilfsmittel. Also im Grunde sollte man sagen, Umweltschützer, kauft euch diesen Kalender für die Seele, die Seelenkalender, und denkt jede Woche täglich an diese Sprüche und macht euch klar, was ihr als Mensch tun müsst. Ihr müsst nicht nur tun, dass ihr an die Natur denkt, ihr müsst darin sein und ihr müsst eure menschliche Erlebniskräfte in dieses Pflanzenreich, in dieses Tierreich, in dieses Menschenreich einbringen. Seelenkalender, jede Woche ein Zauberspruch. Und vor einigen Jahren, als ich noch Blog-Einträge geschrieben habe, habe ich eine kleine, wirklich sehr kleine, wöchentliche Einleitung zu solchen Sprüchen geschrieben. Und diese Einleitungen sind jetzt in diesem Büchlein bei den Sprüchen. Und ich werde dann den Spruch dieser Woche vorlesen, also der Woche, in der ich dies spreche. Das war 21 November. So fühle ich erst die Welt, die außer meiner Seele miterleben, an sich nur frostig leeres Leben und ohne Macht sich offenbarend in Seelen sich von Neuem schaffend in sich den Tod nur finden könnten. Das heißt also, dass wir als Menschen gerade jetzt in dieser Woche die Gelegenheit haben, die Welt und die Natur wirklich zu spüren. Wenn wir das nicht täten, dann hätte die Natur an sich nur frostig, leeres Leben. dann würde diese Natur die Macht verlieren, sich zu offenbaren und sich in den Seelen neu zu erschaffen, wie sie es wünscht. Wie sie es wünscht und auch braucht. Wenn sie das nicht kann, wird sie am Ende nur den Tod finden können. Und dann steht hier im Text, im August, im August spüren wir, wie unser eigenes Besen, wenn es auf eine einsame Existenz beschränkt wäre, den Tod in sich selbst finden müsste. Die Seele braucht die Existenz der Welt, um selbst zu existieren. Dort war das Verhältnis also umgekehrt. Dort hieß es, man müsse spüren, dass man als Seele die Welt braucht, um zu existieren. Jetzt, im November, spüren wir das Gegenteil. Wir spüren, wie die Welt nicht existieren könnte, wie sie sterben müsste, wenn die menschliche Seele nicht mit der Welt mitfühlen würde. Die Welt muss sich in der menschlichen Seele neu erschaffen können und ohne diese Kraft sich in den Seelen zu offenbaren, würde sie in sich selbst den Tod finden. Das ist es, was die Menschheit tut. Sie zieht sich vor der Natur zurück, um die Natur als eine objektive Sache jenseits des Menschen zu sehen. Natürlich wissen sie, dass ihr Körper bis zu einem gewissen Grad zu ihr gehört. Aber die Erde ist etwas anderes als der Mensch. Das denkt man. Nein, die Erde ist der Mensch selbst. Die Erde braucht den Menschen, so wie der Mensch die Erde braucht. Wir können das tun, indem wir uns wöchentlich in einen solchen Spruch vertiefen, der an sich nicht einfach ist, der aber, wenn man täglich darüber nachdenkt, an Bedeutung zu gewinnen beginnt. Ein wenig unterstützt nur das, was ich dazu geschrieben habe. und wenn man das wöchentlich tut, wird man schließlich wach für den Lauf der Natur, für die Metamorphose der Natur im Laufe des Jahres. Und dann wird auch die Beziehung der menschlichen Seele zur Entwicklung der Natur, der Erde deutlich. Wenn wir das tun, werden wir die Erde retten. Wirklich. Seele Untertitelung. BR 2018